Und dann erlaube ich dir, ich erstmal beim Bäcker ordentlich voll zu stopfen. So. Bevor du hier für mich weiter rot ist. Das muss alles weg. Nämlich. Dann können wir nämlich hier oben eine Schusterei über den Jäger bauen. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Das ist auch gut. Und da wir jetzt schon so viel Leben zusammen haben, langsam. Wird es Zeit für Steinbätsarbeiten? Für dich wird es Zeit für Tischlerarbeiten. So, ihr kriegt mal Söhne, weil wir brauchen da einen zweiten Bauarbeiter. Und einen Bierbrauer. So, die Bäume noch weg. Das da alles weg. Der ist aber schnell damit gewesen, den Steinbätz zu erfinden. Du bist auch erfahren und kannst trainieren. Kinder sind alle angekommen. Möbel kommen auch rein. Na, weil hier drüben werde ich mal wohl die Kaserne errichten müssen. So, Grundschafter. Hau hier noch mehr Holz weg. Und unsere Bauerei kommt hier hin. Hier ist sie weit genug weg von der Farm, aber auch nah genug am Dreifamilienhaus. Okay, wir haben den Tischler. So, das heißt, du stellst mir noch neun her, bevor wir dich wieder umswitchen. Steigen kommt. Steigen kommt. Werkzeug, Schreinerei ist egal. Holzwerkzeug ist genug da. Und ja, fangen wir gleich mal mit der Speermacherei noch an. Den werde ich dann allerdings, wenn er den Speermacher gelernt hat, wieder einreißen. Und ne Bogenwerkstatt stattdessen dafür hinstellen. So, du bist weiter wachsen. Das ist gut. Du brauchst wieder Nahrung. Und ja, ich denke, das reicht dann mal mit der Kahlschlagaktion. Ich werde ihn dann wahrscheinlich erst mal wieder... Also ja, der Baum, der muss noch weg. So, du kannst trainiert werden. Du bist erwachsen. Das heißt, du heiratest mal. Tischler hat die Warnmenge hergestellt. Gut, das heißt, du sammelst wieder Holz. Wo ist denn mein Bauarbeiter? Wobei, du weißt was, du bist so alt, brauchst du gar nicht heiraten. Bau lieber dein Haus. Sollte da doch lieber... ...Iluji machen. Oder? Thorarin. Ja, genau. Thorin? So, du gehst jetzt hier weiter aufdecken. Mal gucken, doch mal gucken, ob wir irgendwie auf die Insel kommen können. Du bist erfahren, du kannst trainiert werden. Das ist auch gut. So, du heiratest. Du gehst... ...in die Schule. Du gehst dann auch in die Schule. Du wirst... ...Träger. Du wirst... ...Bauarbeiter. Und du ziehst auch da ein. Gut. Du kannst auch trainiert werden. Das ist gut. Du arbeitest im Hauptlager. Und das ist auch der Bauarbeiter, der arbeitet... ...nach Bedarf. ... ... ... ... ... Schusterei ist fertig, das heißt, du kannst mal schustern. Zur Hölle, da wachsen die Bäume nach. Ihr findet euren Arbeitsplatz nicht, das ist auch toll. Da solltet ihr nicht so weit weg gehen. Äh, du? Bist? Gut, du machst jetzt Schuhe, bis wir Vorrat haben. Ja, wie sonst. Ist das dein Ernst? Also, ja. Gut, ich könnte hier oben einen Wegweißer hinmachen, weil da müssen eh dann die Verteidigungstürme hin wahrscheinlich. Okay, unser Schuster macht Schuhe. Unser Speerbacher wird gemacht. Wo ist denn jetzt mein Kundschaft da abgeblieben? Hier. Hier würde es über den Fluss gehen, oder? Ne, hier endet er. Nein, doch nicht ganz. Also, ja, man merkt, wir sind am Mississippi. Hier gibt es ein sehr schönes Flussdelta. Oh, und es gibt sehr viel Nahrung für uns. Und jetzt wird auch Weizen eingelagert. Weizen eingelagert. Du kannst trainiert werden. Du solltest ringgucken, dass du noch mal Nahrung findest. Okay, hier wachsen tatsächlich die Bäume nach. Bauer frei wird gemacht. Du machst mal Speere hier. Die fünf Stück, die hingeordnet haben. Wenn ich es mir so ansehe, Schuster. Lederschneider, aber du bist noch kein vollwertiger Schuster, ne? Nein, aber fast. So, wir erkunden jetzt mal den Bereich hier. Finden zum Glück genug Bärenbüsche für ihn. Hier wird gerade der Bierbrauer gezeugt. Die Bauerei ist fertig. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut.